Die Hüberinnen haben es geschafft in diesem 10. Finale und haben die letzten Hüberinnen dabei. Der erste Rind, der ansteht, Nummer 40, das Rind Jody. Von der Führung von Stefan Pfohl, Lamos und Applaus für Sie. Der zweite Rind, da im Rind, das Rind, BTT, Julien, Safira und Andrea Machzaro von Führung, Matthias Vitali. Applaus für Sie. Der dritte Rind, im Finale, Rind Nr. 170, BTS, Jordan, Tatjana und Christian Gisler. Applaus für Sie. Das vierte Rind im Finale, Nummer 20, das ist die Vögel, das PS Nesta Nena. Ich schau dir nach Männergern und Don Luzern. Der fünfte Rind, im Finale, das Rind Nr. 12. 2014, Enmark Mansiel, Flanig Israel, Zuri, Applaus. 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 2014, Enmark Mansiel, Flanig Israel, Flanig Israel, Flanig Israel, Zuri, Applaus. auf dem Podestplatz. Ich habe mich entschieden, dass der hier weiterhin hier bleibt. Weiterhin hier bleibt das jüngste Tier, das wir jetzt hier haben. Ob er auf alles da nimmt, tut das Tier hier. Herzlichen Applaus für die zwei Männer, die den Winkel machen wollen. Das ist das Jürgen Safira, Patia Itali und Jürgen Tatiana, Christian Gisler. Herzlichen Applaus für die Männer, die den Winkel machen wollen. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017